Wollen wir mal heute mit Audio-Kommentar. Lange nicht mehr gemacht. Schön Knie knacken, knack. Wann hochgehen immer darauf achten, nicht einrasten, also nicht das Bein komplett durchstrecken. Ich weiß gar nicht, ob ich durchgehend noch Liegestütze hinbekomme. Das sehen wir gleich. Das ist die Saisonvorbereitung. Das ist die Saisonvorbereitung für Push-Ups. 3, 2, 1, go! 1. Halbzeit. Sehr gut! 3, 2, 1, prepare for core back. Okay. 3, 2, 1, go! Meine Hassübung. Hallo Basketball. Du bist mein Freund. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich muss definitiv tief nach der Fertorio vor. Ich bin sehr gut. 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 Schön in die Perse rein drücken. Zitter, zitter. 3, 2, 1, prepare for core belly. 3, 2, 1, go. Und hier mal ganz schwer, dass die Ellbogen nicht nach vorne, sondern... Auch im Bauch schwach geworden. 3, 2, 1, nice workout. Ach, danke. So nice war das gar nicht. Ja, zum Wiedereinkommen eigentlich ganz schön. Und ich denke, wir werden dann ab spätestens Mai mal eine Challenge machen. Weitermachen. Stay motivated. Motivate others. Share with friends. Beige, wenn du dich in Ordnung bist, kannst du dich aufgeben. Wenn du dich in Ordnung bist, kannst du dich aufgeben? Ich bin jetzt normal, dass du dich zuerst in. Untertitelung des ZDF, 2020